Herzlich Willkommen zurück zu Kirby's Planet Robobot und wir gehen in Welt 5, Level 2. Mal schauen, was uns da erwartet und ich warte immer noch auf coole Musik. Neben dieser chilligen Mucke hier. Was ist denn hier los? Kann ich da rein? Ah, das ist ja cool gemacht hier. Oh, nice. Ich bin noch ein kleines Kind, ich darf da noch nicht rein. Oh, wie nice. Okay. Bogenschütze wollen wir mal nicht haben. Und jetzt, wo lande ich? Ich komme auch wieder zurück, aber da scheinen es weiter zu gehen. Deswegen gehen wir nochmal zurück. So, achso, hier komme ich nicht weiter. Okay, dann muss ich da lang. Okay. Ah nein, wie er mich erwischt hat. Ich will der Psycho sein. So, wir werfen nicht mal mit Essen. Eis. Oh, ein Kampf. Das ist blocky. Ich wollte gerade weg teleportieren. Und dann macht er nicht platt. Mal weg. Ah. So. Und nochmal. Wieso wird er denn jetzt so groß? Oh Gott. So. Geht doch. Brauchen wir dich? Ich will dich eigentlich nicht haben. Weil Stein ist jetzt nicht so spektakulär, die Fähigkeit. Da ist ein Knopf. Hä? Der Knopf ist irgendwie voll stumpf. Ah, Moment. Kann ich nochmal zurück? Nein. Ich habe da, glaube ich, was... gesehen. Oh, nee. Ah, nein. Ah, nein. Er hat mich echt noch getroffen. Wie gemein. So. Komm, jetzt noch eine Kugel. Ja, natürlich. Oh, das Essen. So. Schnell da drauf. Bevor wir wieder warten müssen. Das ist natürlich die Frage, will ich den Sticker da haben? Eigentlich schon. Oh, nein. Gehen wir hier lang. Ja, wir beilen. Au. Wo ist mein Stern? Bleibt doch hier. Ich hatte Angst, dass jetzt irgendwie eine Kugel da kommt. Runter fällt oder so. Was? Achso, das ist der Vordergrund. Ach Gott. Diese ganze Vordergrund-Hintergrund-Sache ist ganz schön... Äh, äh, äh. Ne? Anstrengend. Und ich habe noch keinen Block. Das beunruhigt mich. Dein ist ein Dings. Und jetzt? Brauche ich Feuer? Ich glaube, ich brauche die Feuerfähigkeit. So, komm her. Weil sonst... Warum sollte der sonst hier liegen? Der ist irgendwie random. Ach so, großer Gott. Komm du mit. Das hat einen Grund, dass du hier bist. Ah, nein. So. Ach ja. Keine Ruhe. Ey, du. Nein. Komm her. Okay. Habe ich? Immer mit. Äh. Nein, das wollte ich nicht. Das will ich. Ah, da ist ein Block, oder? Ist das der erste? Bitte sei der erste. Ja, voll. Sehr gut. Oh, nee. Hat man sowas ähnliches nicht schon mal? Ja, ne? Und jetzt? Ah! Das war... Close. So, noch den Lolli mitnehmen. Ist nicht ein Block? Das ist ein Block. Habe ich. Okay, nice. Oh mein Gott, war das knapp. Lass mich hier drohe. Ja, ich will raus hier. Ich muss mich beeilen. Das ist ein Roboter. Muss ich mich beeilen? Ne, anscheinend nicht. Ich will Psycho haben. Vielleicht will ich doch lieber Schwert haben. Ich bin mir unsicher gerade. Ah, ne, komm. Ich wollte gucken, ob ich die Kugeln kaputt hauen kann. Ja, geht. Okay, nice. Okay. Da hinten ist ein Ding. Da komme ich nur mit Roboter dran. Elektron. So läuft das hier. So. Da haben wir alle. Dann mache ich mir auch Sorgen, dass ich irgendwie einen verpassen könnte. So. Nehmen wir es hier hoch und verlassen das Level. Sehr gut. Raus hier. Okay. Oh, shit. Na gut. Dauert das nicht so lang. Müssen wir das Positive sehen. Okto. Kublock. Haben wir schon zweimal den Sticker. Bonbon. Oh, das ist ja süß. Das war irgendwie knuffig. Ew. Stufe 3. Dilling. Ah, okay. Peitschenfähigkeit haben wir noch. Ah, so ein Level wieder. Oder reingehen. Da ist ein Stern. Moment. Ich kann ja jetzt natürlich den Stern nehmen, aber was ist, wenn ich hier zu Fuß gehe? Ist das nur die Tür? Ich nehme den Stern mal. Lauf, Curvy. Lauf. Ist das ein Fahrstuhl nach oben? Wie dumm. Wie dumm. Na gut. Was ist das mit diesen Flächen da? Ich glaube, da soll ich nicht drauf treten, ne? Die Musik ist aus dem übrigens. Wollte ich mal so anmerken. Okay. Was ist denn hier? Nix. Ein Bildschirm ist da wieder. Okay, was zeigt uns der Bildschirm an? Die erste Tür. Oben rechts. Mitte. Erste Tür. Oben rechts. Mitte. Erste Tür. Oben rechts. Mitte. Was? Peitschen dich aus. So. Okay. Okay. Zack. So. Nehmen wir mit. Was ist denn hier? Ach so. Damit hätte ich mir den Bosskampf, äh, okay. Erleichtern können. Äh, oben rechts, ne? War gerade ja. So. Und Mitte. Okay, pass auf. Ich habe ein Roboter. Wollte sagen, ich kann noch seine Bomben nehmen dafür. Oh, hier drauf ein Bosskampf. Oh, jetzt habe ich genau die beschissene Fähigkeit dafür genommen. Obwohl, geht. Hier. So. Mitte. Es gibt keine Mitte. Ah. Okay. Ich war kurz schockiert. Oh, ich dachte, er fliegt auf den zweiten Platz, ey. So, weg. Na, weg. Piu, 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 piu. Kann man die töten? Ja, kann man. Der, 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 der. Ich kann hier was drehen. Was macht denn das? Ah, okay. Ah, nein. Muss er bestimmt nochmal drehen. Muss ich warten. Okay. Andersrum. Nein. Oh mein Gott. Das hat funktioniert. Oh, es hat geklappt. Okay, nice. Ich dachte, ich kann das so selbstbestimmen und nicht einmal andrehen und dann... Wat? Und das nur für den Sticker? Also, warte mal. So. Dann so. So. So, das müsste es gewesen sein. So, haben wir das auch geklärt. Was wollen die hier? Drehräsel von mir. Oh, nee. Ah, Kiste. War nichts drin. Nice. So. Ah, Kiste. Aua, das tut ja weh. Ist ja echt gemein, was hier abgeht. Oh mein Gott. Ah, geh weg. Du warst doch vorhin da. Ah, wie das aber die Computergegner auftrifft. Finde ich gut. Du warst ja ein billiger Roboblock. Oh, egal. Was der? Was? Wie? Häh, der erste war doch vorhin erst. Häh, der erste war doch vorhin erst. Und wie ich mich hier ständig selbst verletze. Au. So, dann fliegen wir jetzt durch. Oder verarscht mich das Spiel jetzt? Nee. Hä? Das war richtig weird. Ich will doch meine Roboblocks haben. Oh, Mann. Das stört mich jetzt. Dafür hauen wir uns erst mal den ersten Platz raus hier. Jawohl. Oh, oh. Die zwei hätten wir noch gönnen können. Waddle-Dee. Werkzeug-Logo. Magolor. Roter Para. Mein Gott, wie viele noch? Chili. So viel. Da ist ein Auto. Oh, das wird ein Auto-Level. Das machen wir aber erst im nächsten Part. Von Kirby Planet Robot. Den Blog hole ich auf Screen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.